Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nach einer etwas längeren Pause melden wir uns wieder aus der Versenkung. Verzeiht uns demnach die spontane mehrmonatige Abwesenheit. Infos zu, warum wir weg waren und was in der Zwischenzeit so abging, folgen in einem weiteren Video Mitte nächster Woche. Heute allerdings geht es um die Änderungen und die Neuigkeiten, die ich mit der vierten Phase erwarten und das wie immer kompakt und strukturiert in nur wenigen Minuten zusammengefasst. Viel Spaß beim Video. Der neue Zehnspieler-Raid Zulaman erscheint am Donnerstag, dem 24. März um 23 Uhr deutscher Zeit, deswegen aufgepasst, da allgemein die vierte Phase schon zu den gewohnten Wartungsarbeiten am Mittwoch startet. Hier müsst ihr euch demnach noch einen Tag länger gedulden. Zulaman befindet sich in den Geisterlanden in den östlichen Pestländern und ist ohne Zugangsquest betretbar. Insgesamt erwarten euch sechs Bosse. Zuerst besiegt ihr die vier Tieraspekte Axilon, Halazi, Janalai sowie Nalurak und macht euch anschließend auf zum Hexler Malakras, der euch den letzten Weg zum Endbus Zuljin versperrt. Vom Schwierigkeitsgrad und den Gegenständen, welche fallen gelassen werden, ist das eher eine Auffillinstanz für Spieler mit T4-Ausrüstung. Allgemein gibt es aber definitiv das ein oder andere Item, welche für alle Spieler interessant sein dürfte. Ich sage nur, die 20-Platz-Tasche zernimmt der Beutel aus Hexerstoff, welche ihr durch eine Quest vor der Instanz bekommen könnt oder auch diverse Schmuckstücke wie der verhexte Schrumpfkopf oder Ruf des Berserkers. Zusätzlich gibt es noch ein Site-Event, bei dem ihr binnen 45 Minuten die ersten vier Bosse besiegen und dadurch die Geiseln retten müsst. Der Timer startet mit 20 Minuten und nach gewissen Bossen bekommt ihr weitere Zeit dazu. Solltet ihr das Ganze schaffen, winkt dem Raid ein Bär der Armani sowie zusätzlicher Loot. Sucht euch dafür am besten eine Stammgruppe. Alle drei Tage wird der Raid nämlich resettet und ihr könnt den Timerunt von vorne beginnen. Schlüssel für heroische Dungeons Die Rufanforderungen für die HC-Keys wurden von respektvoll auf wohlwollend gesenkt. Diese Änderung ist vor allem für Twings interessant, da ihr dadurch schon deutlich früher die heroische Variante betreten könnt und nicht mehr durch Questen und der normalen Dungeon-Schwierigkeitsstufe euch bis respektvoll hochgrinden müsst. Zusätzlich findet man in dem Patch-Notes folgenden Satz. Alle Dungeons der Scherbenwelt wurden jetzt auf ihren endgültigen, verringerten Schwierigkeitsgrad gesetzt. Was genau das heißen mag, kann man bis jetzt nicht sagen. Wir vermuten allerdings, dass damit vor allem HC Instanzen wie der Blutkessel, Agathras oder die zerschmetterten Hallen gemeint sind, die gut und gerne auch meine T5-Gruppe zur Verzweiflung gebracht haben. Ein weiteres kleines, aber extrem feines Update ist der Port zum Mount Hyjal. Der MPC Sefir, welcher im Gasthaus im unteren Viertel in Shadrat an der Bar zu finden ist, portet euch ab der Rufstufe respektvoll bei den Hütern der Zeit in die Höhlen der Zeit. Dadurch spart ihr euch die lange Anreise nach Tanaris und könnt direkt in euer jeweiliges Dungeon-Portal hüpfen. Urnether sowie der Nether Vortex sind ab jetzt handelbar. Dadurch könnt ihr euch diesen ganz einfach im Auktionshaus kaufen oder sogar verkaufen. Außerdem ist besagt der Nether Vortex nun ebenfalls via Marken der Gerechtigkeit in der Mitte von Shadrat bei Geras zu erwerben. Dafür müsst ihr allerdings 15 Abzeichen der Gerechtigkeit hinlegen. Davor war diese nur beim Trash und den Bossen aus dem Schlangenschrein sowie der Festung der Stürme plünderbar und direkt beim Aufheben gebunden. Ab sofort könnt ihr aus dem Sack von Magtheridon bzw. dem glänzenden Glas der Juwelenschleifer mit etwas Glück einen epischen Stein herausziehen. Bedenkt allerdings, dass das erst ab dem Patch funktioniert. Alle davor erbeuteten Säcke bzw. glänzenden Gläser, die demnach vor dem Patch erhalten wurden und danach geöffnet, können keine Epic Gems erhalten. Abzeichen der Gerechtigkeit werden nun von allen Bossen aus Karazhan, Kruls Unterschlupf, Magtheridons Kammer, dem Schlangenschrein, der Festung der Stürme, zu Laman sowie den beiden Vault Bossen fallen gelassen. Dadurch sind diese nicht mehr nur durch heroische Dungeons bzw. der Daily HC Quest erhältlich. Vor allem wird hierdurch der Wiederspielwert der alten Raids erhöht, da man zumindest noch Marken bekommt, auch wenn man definitiv keine Items mehr benötigt. Wofür gebe ich nun aber die ganzen neuen Marken aus? Neben den Nether Vortex gibt es nun etliche neue Items, welche ihr bei Geras in der Mitte von Shadrath erhalten könnt. Von neuen Relikten und Schmuckstücken bis hin zu Best in Slot Equipment mit Tempowertung oder Rüstungsignorierung ist alles dabei. Wir verlinken euch eine Liste mit allen neuen Gegenständen in der Beschreibung. Zuletzt gab es noch Änderungen an einigen Items. Der einhändige Streitkolben Drachenmahl ist nun nicht mehr auf die Waffenhand begrenzt. Infolgedessen könnt ihr diesen nun doppelt ausrüsten. Außerdem ist die feingelassene Beute der beiden Vault Bossen, Verdammtes Lord Karsak und dem Verdammtes Wandler beim Anziehen und nicht mehr beim Aufheben gebunden. Dadurch könnt ihr die Beute handeln bzw. an Twings oder Freunde weitergeben. Des Weiteren kommen die großen Trommeln der Schlacht ins Spiel, welche die Range von 8 auf 40 Yard erhöhen. Zusätzlich gibt es noch den Köcher sowie den Munitionsbeutel aus Knotenhautleder zu erlernen. Sind nicht die besten, allerdings super um schnell seinen Hunter-Trink auszustatten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß in Phase 4 und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.